Herzlich willkommen im Thalia-Kino, Heinrich Kern. Das ist ein fantastischer Film bei dem Bärenklingeln, haben wir gerade gesehen. Dokumentarfilm, eine Reise nach Russland, aber noch weit über Moskau hinaus. Zuschauer waren begeistert, wir haben eine tolle Fragerunde gehabt. Um was geht es in dem Film? Also der Film dokumentiert meine Reise über 8700 Kilometer von Tübingen nach Russland, über Weißrussland, Kasachstan bin ich gewesen. Und ich habe diesen Film mit der Videokamera, mit einer kleinen gedreht. Die habe ich am Fahrrad geladen und versucht, einfach die Menschen, die Natur und dieses Land möglichst unvoreingenommen zu dokumentieren, zu filmen und auch so ein bisschen die Probleme oder die Erlebnisse von einem Reiseradfahrer darzustellen. Dein großes Ziel war in Russland? Das Ziel war der Baikalsee tatsächlich, einfach ein See der Superlative mit 600 Kilometer Länge. Da gibt es einfach eine Naturexplosion pur. Und das ist doch sehr faszinierend, wenn man dann zum Horizont schaut und sieht einfach nur Wald, keine Hochspannungsleitung, keine Straße und keine Autos. Es gibt eine tolle Szene im Film, wie du einfach quasi Baikalsee erreichst und dich quasi hinlegst nach diesen ganzen langen Kilometern. Wie viele Kilometer waren das insgesamt? 8704 war der Tachostand dann am Schluss nach vier Monaten. Also es sind so 80 Kilometer am Tag ungefähr, inklusive den Pausentagen. Wobei in Russland sind wenige Leute unterwegs mit dem Fahrrad. Also Russland mit dem Fahrrad, es gibt, sagen wir so, es gibt ein paar in den Großstädten, die dann mit dem Rennrad unterwegs sind oder wirklich Sport machen, aber es fährt niemand wie bei uns jetzt zum Spaß mit der Familie am Donauradweg irgendwie sonntags entlang. Also das macht niemand. Ansonsten ist es vielleicht ein Verkehrsmittel für Arme, die jetzt auf ihre Dacia fahren oder in der Stadt kurz zum Einkaufen. Aber es gibt keine Radwege. Ich fand in deinem Reiseblog sehr, sehr lustig und spannend, als du die unterschiedlichen Wege, Arten von Straßen beschrieben hast. Ja, also die Straßen sind durchaus manchmal herausfordernd. Reicht von schönem Asphalt über Schotter bis hin zu, naja, so einem Schweizer Käse, wo man dann wirklich die Schlaglöcher umfahren muss. Und manchmal sind es dann auch wirklich Straßen, wo man neben der Straße besser fährt als auf der Straße, bei trockenem Wetter. Wobei das Spannende ist, dass dann nicht nur du als Fahrradfahrer nebendran gefahren bist, sondern quasi auch die Autos und die LKWs. Genau. Da gibt es dann schon Fahrerinnen, die sind bei trockenem Wetter gut. Wenn es regnet, wird es matschig. Dann nimmt man doch lieber die Schlaglöcher in Kauf. Aber so kann man sich da schon durchkämpfen. Was ich am beeindruckendsten an deinem Film fand, neben der sportlichen Leistung, aber die geht eigentlich im Hintergrund, ist die Begegnung mit den Leuten, mit den Menschen. Also das ist auch wirklich, also neben der schönen Natur sind einfach die Menschen, war so was, was mich am meisten beeindruckt hat. Ich hatte schon am Anfang Bedenken, ja, was ist, wenn ich da als Deutscher irgendwie hinkomme. Aber ich hatte da keinen bösen Ivan getroffen, sondern ganz im Gegenteil, auf dem Land sind die Menschen doch vielleicht am Anfang reserviert und sie wissen nicht, was will da jetzt einer auf dem Fahrrad, da kommt normal kein Ausländer hin, in diese Dörfer. Und wenn sie einen dann aber mal ins Herz geschlossen haben oder sehen, vor mir müssen sie keine Angst haben, dann sind sie sehr, sehr offen und gastfreundlich und herzlich. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Du bist häufig zum Essen eingeladen worden, zu Übernachtungen. Die haben dir gezeigt, die haben dir geholfen bei verschiedenen Sachen. Genau. Und auch wenn sie selbst in sehr einfachen Verhältnissen leben, also wie ich sage, der Durchschnittslohn dann 300 Euro im Monat und die Milch kostet aber genau das Gleiche wie bei uns oder ist sogar noch teurer im Laden oder die abgepackten Industrie-Lebensmittel, dann ist es schon sehr beeindruckend, wie freundlich die Menschen sind, ja. Auch die Presse vor Ort hat über dich berichtet. Du bist im Frühstücksfernsehen, bist du erschienen. Also du warst ein richtiger kleiner medialer Star auf deiner Reise. Ja, also das war in Richtung Sibirien. Hat wirklich das erste russische Staatsfernsehen, hat einen kleinen Beitrag gebracht. Das hat mich sehr gefreut. Da haben mich dann sogar ein paar Leute dann am nächsten Tag auf der Straße irgendwie angesprochen, ob ich das denn sei. Das war schon sehr witzig, ja. Bekannte, die du getroffen hast, hat gesagt, dass sie sogar von Freunden angesprochen worden ist auf den Artikel und auf dem Fernsehbeitrag. Im Fernsehen, ja. Du hast, mit wie viel Kilo bist du losgegangen? Mit 50 Kilo war dein Rat. Genau, also 50 Kilo, da ist dann aber wirklich alles dabei. Also die Lebensmittel plus 5, 6 Liter Wasser. Das Fahrrad hat schon ein großes Eigengewicht durch diesen Stahlrahmen. Das ist nicht ganz gewichtsoptimiert, aber dafür halt stabil gewesen. Das war eher das Kriterium. Du hast fast 40 Flicken für Fahrradpannen, Reifenpannen dabei gehabt. Frage, wie viel hast du einsetzen müssen? Also ich habe keinen einzigen Platten tatsächlich gehabt. Das war zum einen bestimmt Glück, zum anderen liegt relativ wenig Müll auf der Straße rum. Also ich habe, sobald ich was gesehen habe, diese aufgeplatzte Reifen oder irgendwas, dann geschaut, dass ich da weiträumig rumfahre. Und ich hatte noch einmal Reifen gewechselt unterwegs. Von daher waren die immer recht gut noch vom Profil her und das alles zusammen. Spannend fand ich auch, als du beschrieben hast, dass du je nachdem, wie der Straßenbelag war, deinen Reifendruck angepasst hast. Ja, aber das geht tatsächlich sehr, sehr gut, weil man kann sie hart aufpumpen. Aus Asphalt rollt dann relativ gut und ich hatte keine Federgabel, sondern aber kompensiert auf Schotter einfach mit weniger Luft. Das dämpft doch ganz gut. Auf dem Weg nach Russland bist du durch Polen gefahren. Da hast du, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Tipp für Reisende, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, bezüglich Hunde. Das ist ja, ich glaube, das war das gefährlichste Tier. Also mit Bären bist du, glaube ich, nicht begegnet, gell? Nein, also an Tieren sind, sage ich mal, die, ja gut, gefährlich. Die Moskitos, die sind sehr lästig. Aber die Hunde, da hat man doch schon einigen Respekt vor als Radfahrer, weil gerade in Polen, wo jeder Hof einen Hund hat, da hört man dann immer schon das Bellen. Und wenn man dann hört, dass die Kette spannt vom Hund und dieses Rasseln von der Kette, da kann man beruhigt sein. Wenn das aber ausgleibt, dieses Rasseln, dann kommt meistens ein Hund angeschossen. Und entweder sucht man dann das Weite. Wenn es aber berghoch geht, muss man auch manchmal anhalten und einfach den Hund anschreien. Und da war zum Glück, ist auch nichts passiert. Aber ich hatte doch immer das Pfefferspray dann in der Trikottasche hinten. Und ich hatte auch eine Tollwutimpfung. Und damit ging es dann, ja, also mir hat kein Hund wirklich angegriffen oder zugebissen. Die schönste oder die am meisten ans Herz gehende Begegnung, die du während dieser langen Zeit, in der du unterwegs gewesen bist, gehabt hast? Das ist schwierig zu sagen, weil es sehr, sehr viele Begegnungen gab. Aber wenn ich eins hervorhebe, kommt auch im Film vor, eine Szene mit Bauarbeitern kurz vor Severo bei Karls. Die haben mich also gesehen, wie ich da entlangfahre, haben mich rangewunken. Die hatten gerade Mittagspause gemacht und haben mich dann zur Kartoffelsuppe eingeladen. Das war sehr, sehr köstlich, dieses Essen. Und dann haben sie eben noch so Scherze gemacht, dass die Deutschen da früher mit dem Panzer gekommen seien. Und jetzt kommen sie alle mit dem Fahrrad. Aber ich glaube, das ist doch die bessere Lösung. Und das war sehr, sehr schöne Begegnung. Und da gibt es auch im Film eine sehr schöne Szene. Sieht lecker aus, die Suppe. Man ist ja eh als Radfahrer darauf angewiesen, dass man ernährt wird. Du bist da unterwegs in Shops oder so gewesen? Also wie hast du das mit Wasser und mit der Verpflegung gemacht? Ja, also das Wasser habe ich geschaut, dass ich immer Flaschenwasser im Laden kriege. Und das gibt es in jedem Dorfladen abgepacktes Industriewasser. Das ist dann ein bisschen teurer als bei uns. Aber da war ich doch sehr vorsichtig, dass ich mir da nichts hole. Und ein paar Abschnitte, wo es doch keine Läden gab, da habe ich es dann aus dem Bach geholt und zusätzlich mit Chlortabletten desinfiziert. Von daher hatte ich da keine Probleme. Aber das Wasser war auch so klar, man hätte es sicherlich auch so trinken können. Spannend fand ich auch, wie du deinen Weg gefunden hast mit den Straßen. Weil teilweise mit dem russischen Google, aber teilweise hast du auf Satellitenbilder zurückgreifen müssen oder können. Und manchmal hat es auch dich völlig in die Irre geleitet. Ich glaube, zwei Tage Umweg, weil es die Brücke einfach nicht gab. Ja, da ist, also manchmal ist das Kartenmaterial auch, also OpenStreetMap ist doch schon recht gut. Muss man sagen, Google Maps ist ganz schlecht in Russland. Es gibt noch Yandex Maps, die sind aber nur online verfügbar. Und ein paar Mal hatte ich dann wirklich auf Satellitenbilder zurückgegriffen, wo ich einfach geschaut habe, man sieht es ja, ob dieser Weg dann irgendwo im Nichts endet oder ob diese braune Spur dann doch komplett durch den Wald geht und dann bei der nächsten Stadt wieder ankommt. Da kann man so ein bisschen abschätzen, ob man da durchkommt. Wir haben die letzten Monate, Jahre viele Reisefilme und viele Gäste dazu gehabt. Den Felix Stark haben wir mit Pedals of World, mit der Momo jetzt Expedition Happiness. Wir haben, egal was kommt, den tollen Reisefilm mit dem Motorrad gehabt. Wir haben weit, haben wir häufig gespielt die letzten Jahre. Wir haben den Patrick und die, mein Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, sie mögen mir verzeihen, haben wir da gehabt. Das Bedürfnis von Leuten, wie erklärst du dir das? Und was würdest du den Leuten, die es eh nicht planen, einfach sagen? Also ich denke schon, dass im Moment der Bedarf irgendwie da ist, dass die Leute einfach aus dem Alltag raus wollen, vielleicht hier so gesättigt sind mit aller Technik. Ich meine, wir haben ja alles, was wir brauchen, uns fehlt ja nichts. Und dass man dann doch wieder ein bisschen an die Basis rücken möchte oder Natur sehen, das ist für mich also sehr nachvollziehbar. Und ich kann also Russland nur empfehlen, da hinzugehen und sich dieses Land selber anzuschauen. Klar, es bedarf einiger Vorbereitung. Und das Schwierigste ist, glaube ich, dass man dann einfach den Entschluss fasst und es dann da wirklich losfährt. Und unterwegs gibt es immer irgendeine Möglichkeit, wie man weiterkommt. Und für jedes Problem gibt es da eine Lösung. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass es doch immer weitergeht, auch wenn man es sich am Anfang schwieriger vorgestellt hat. Wir danken dir für deinen Besuch hier im Thalia Augsburg. In den nächsten Wochen und Monaten gibt es noch weitere Vorführungen, überwiegend in Baden-Württemberg. Wir werden in Ingolstadt wohl im Februar, März hoffentlich eine zusätzliche Vorstellung machen mit deinem Film. und danken dich ganz herzlich. Und es war eine ganz, ganz große Ehre, dich hier zu haben. Herzlichen Dank, Heinrich Kellen. Ich bedanke mich ebenfalls für die Einladung. Vielen Dank.